Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skyblog. Mein Name ist Chris Kill, schön dass du wieder eingeschaltet hast. Ich baue gerade hier die Mopfer zu Ende. Bedeutet hier einfach nochmal ein bisschen das letzte Wasser platzieren. Bevor es hier dann zugebaut wird. So, einen freilassen, das heißt der hier. Jawohl. Geht auf jeden Fall voran. Ah, einen freilassen, den da. Und dann hier hin. So, jetzt brauche ich noch zweimal den Wassereimer. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, bis jetzt ist hier noch kein Mob gespawnt. Ich hoffe, meine Mobform wird am Ende funktionieren. Das wäre jetzt noch so gut am Ende. So, einen freilassen, hier muss das Wasser rein, okay. So, dann kommt hier im Endeffekt einfach eine Schicht drauf. Ich dann so, oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Aufbauer 2 hoch und dann hier so alles schön verdunkeln. Im Endeffekt mehr ist es nicht. Und das dürfte dann am Ende das Ganze gewesen sein. So, jetzt schaue ich mal nur kurz. Ich habe jetzt natürlich nicht genügend Blöcke dabei. Jetzt versuche ich das mal hier so am besten möglich aufzuheben. Jetzt habe ich auch bloß gar nichts mehr am Blöcken. Gut, das heißt nochmal zurück. So. Ja, immerhin. So, willkommen alle wieder frischen Leute auf meinem Stream-Leben. Bei mir in der Folge wird auch wieder aufgezeichnet und in der Livestream. Egal, wann man sich das hier schon anschaut. So. Von daher alles entspannt. So, jetzt schaue ich mal kurz. Ich brauche ein paar Steine. Ja, ist mir immer noch ein bisschen zu schade, da meine Steinsachen dafür zu verwenden. Weil ich die Holzspitzhacke ja immer noch habe. So. Ah. Der Stein kann warten nicht so jetzt. Cool. Das ist mir soweit angenehm. So, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal ein paar Steine. Gucken. Also ein paar werde ich auf jeden Fall brauchen. Ich überlege gerade, wie viel würden reichen denn, wenn ich jetzt sage, hier Richtung achtmal. Das war ja irgendwo hier ein Fantom. Da. Okay, das ist erstmal mit dem Haus beschäftigt. Ja, da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt. Damit kannst du erstmal klappen. So. 8 mal 8. 165 Fläche. Hm. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, so ein Stack Steine könnte reichen. Kann mich aber auch irren. Das Fantom sucht noch einen Weg zu mir. Auch sehr gut. Ah, jetzt hat es eingefunden. Und an der Erde abgebreitet. Tuch, 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 tuch. Ah, neuer Versuch. Okay, ja. Ich glaube, das waren zwei Herzen, die da abgezogen worden sind, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne, also wenn man das überhaupt sieht. Wirklich. Hm. Das waren ja nochmal schnelle Reflexe gerade. Uiuiui. So. Top. Kann nochmal die Reste hinstellen. Kommt das Fantom wieder? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen deprimiert gerade. Ah, ja. Ah, hängt am Baum. Okay. Wie angenehm man hier einfach Steine abbauen kann in der Zeit, wenn das da oben beschäftigt ist. Oh, das könnte was werden. Ja, das war super. Ja, fast. Aber ich glaube, ich bin jetzt sein gutster Versuch, sein bester Versuch. So. 64 hätte ich jetzt mal angepeilt. Also ein gutes Deck hier an Stein. So. Yes. So top. Ah, dann einmal so durch hier. Ein Stein bleibt übrig. Und rüber da. So, es ist die schlechte Nachricht. Ich sehe da keine Mobs. Hm. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, woran das liegen kann. Ob das jetzt an meinen Baukünsten liegt oder ob das Teil nicht funktioniert, wie es, wie ich es mir erhofft habe. Kann ja jetzt an beiden Sachen liegen. Kann aber auch sein. Und das rede ich mir jetzt einfach mal ein. Es ist noch nicht dunkel genug. Freistück. Ne, ne, ne. Das mache ich nicht mit. Oh, Mann. Das mache ich vielleicht doch mit. Und ich bin echt am Dingens vorbei. Wie schnell sind die? Ups, das ist die falsche Taste. Eieieiei. Da habe ich mich ja schon fast runterfallen sehen. Mal hier ein Turve einlegen. Ins Haus rein. Da fühle ich mich mal kurz sicher. Puh. Moment, habe ich meine Fenster echt so gebaut, dass wir von Turmen reinkommen können? Das wäre ja auch von Nachteil. So, okay. Puh. Adrenalin-Kick. Eieieiei. Okay. Ich regeneriere erstmal kurz. Ich warte mal einen Moment. Das war ja gerade gar nicht der Plan. Absolut nicht. So, wo sind die? Gibt es die noch? Ja, die fliegen da noch. Ich muss immer noch ein bisschen regenerieren. Es waren aber gerade drei. Jetzt sehe ich noch einen. Das ist irgendwie ein bisschen... Ich glaube, das ist Frank. Ja. Es ist nur einer. Ach, okay. Einer ist da hinten. Nur einer ist mitgeflogen. So. Okay. Von nebenbei Wassermelonen abbauen. Ein bisschen Essen nachschieben. Oh. Hätte ich schaffen können. So. Drei Hits. So. Und weg. Stop, stop. Dann das Ganze mal hier so. Dann kann ich eigentlich wieder darüber und das weiterbauen. So. Das klappt doch. Hier hoch. Jetzt noch die Decke fertig bauen. War ja eigentlich mein Plan. Und dann ein bisschen hoffen, dass das mit der Mobfarm hier so funktioniert, wie es soll. Weil ich glaube mal nicht, dass es an der Höhe liegen wird. Weiß hier nix spawnt. Sondern eher daran, dass ich dann was falsch gebaut hätte. So. Aber mal gucken. Jetzt schaue ich erstmal, ob die Steine reichen können. Lass mal hier so ein bisschen rum bauen. Naja, es sieht eher nicht so aus, wie würden die Steine reichen. Einfach schon mal so vom Bauchgefühl her. Na, na, nicht wirklich. Also ich glaube, so viel fehlt tatsächlich nicht. Aber es fehlen auf jeden Fall noch Steine. Ja. Ich kann mal schauen, dass ich die hier noch mitnehme. Moment, das wird das dümmste, wenn ich die als erstes erbaue. Jetzt erstmal die hier. Ein paar Steine hole ich hier nochmal raus. Mal gucken, wie viele da. Ah, die kann ich gleich unten nochmal einsammeln gehen. Je nachdem wie viele ich vielleicht auch einfach hier oben noch fange. So. Dann kommen die noch weg hier. Der auch. Der auch. Der auch. Und der auch. So. Liegen ja doch nochmal ein paar Steine da. So. Tipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptopp. So. Die kann ich auch mal erwähnen, dass der Steam an sich glaube ich nicht mehr so lange gehen wird. Also ich glaube. Es wird die letzte Folge hier sein. Vielleicht dann noch kurz ein bisschen schnacken. Reden. Schnacken. Aber das Wort ist soweit bekannt, ne? Ich glaube schon. und dann war es das heute auch wieder vom live sein aber mittlerweile ist der plan ja regelmäßig live zu sein ich kann es jetzt einfach mal raushauen und zwar sind als streamtage vor allem montag dienstag donnerstag geplant und da halt dann immer ab abends ist es eine ganz genaue uhrzeit gibt es so noch nicht aber ich sag mal das team geht meistens irgendwo um die 20 uhr los das ist oder der langzeit aber da gibt es dann immer auch diese wunderschöne funktion dass man ja streams planen kann vorankündigen kann und da kann ich das auch noch mal so ein bisschen fünf minuten hinterher schieben dass ich noch irgendwas zu tun hätte ja praktische funktion dann weiß auch jeder so okay da ist wieder ein livestream und so weiter und dann habe ich glaube ich mal in den letzten streams ja auch erwähnt dass ich da ein bisschen mehr routine reinbringen möchte und das ist dann auch so ganz gut für mich wenn ich da sehe da ist um die uhrzeit habe ich gesagt ich komme live macht es irgendwie verbindlicher so genau ja das wird dann auch in zukunft kein problem sein also ich meine die meisten streams die werden dann auch entsprechend irgendwann 20 uhr ein bisschen vor 20 uhr starten und dann ja ich sag mal so bis 21 uhr meistens gehen vielleicht gibt es tage wo die auch mal länger gehen das ist dann immer so die sache ich glaube heute machen wir nur noch die steine parallel hier ach will ich noch fertig kriegen aber ich glaube das schaffe ich alles jetzt hier noch in den letzten paar minuten von der folge mal probieren hier dann jetzt zu 32 das sollte ja hoffentlich reichen naja wenn ich noch ein mehr hätte ja klar 33 ist ja durch ja 33 danke so okay das dürfte jetzt hoffentlich reichen dann einmal nach hier oben nochmal dann kann ich das hier noch schnell fertig bauen ja jetzt habe ich dann noch ein bisschen gehoffnung dass wir dann auch mobs transport ich gar nicht so viel gebraucht merke ich gerade ja gut trotzdem so viel genutzt ist okay so jetzt brauche ich mir das kann weg das auch das auch und jetzt ist die frage wann kann ich es abbauen ob ich hier glaube ich hier so dann kann das ab hier weg einfach nur unten bauen jetzt habe ich nur noch die hoffnung dass hier dann auch meine mobs hoffentlich oben spawnen und dann hier den weg nach unten finden hier rein ich hoffe das funktioniert ich habe es jetzt ohne tutorial gebaut das könnte vielleicht ein fehler gewesen sein aber mal gucken mal gucken jetzt schaue ich mir das haus finde ich einigermaßen hübsch geworden hätte man vielleicht noch mal ein bisschen anders bauen können und so weiter klar aber das ist ja jetzt wieder so detail fragen wie man hätte machen das können und so weiter jetzt schaue ich mir kurz hier noch so kleine sachen ausmerzen die mich stören ich glaube ich schon seit ewigkeiten sehe oder nie gehoben habe ja mal so das ist glaube ich fertig gebaut dann baue ich hier noch mal eins weiter damit man hier auch so zwei weiten breiten zwei breiten weg hat so hier komme ich jetzt auch komplett rum und das sind zwei oder wenn man höchstens noch mal hier auf drei erweitern dann ist es nicht so hängen hier an der stelle so was doch wieder voran in der welt dann kann ich mal wieder auf meine checkliste schauen was ich noch alles so bauen muss ist ganz cool gut damit liege auf die uhr bedanke ich mich wieder bei euch fürs zuschauen dieser folge schau doch gerne morgen wieder ein bis dahin ciao ciao